Willkommen zu den heutigen Videos, heute mit einigen kleineren Ankündigungen, aber auch einer richtig großen. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall nochmal diese Partnerschaft mit Funko ganz genau an und außerdem haben wir noch den nächsten Pixel NFT Drop, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Worte, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und deswegen solltest du da draußen definitiv auch den Kanal hier abonniert haben, um immer up to date zu sein, was das Thema Vivi und auch Omi Token angeht. Und jetzt würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Starten würde ich sagen, tun wir an dieser Stelle mit einem ganz kurzen Update und zwar nämlich zum Omi Token, der ist nämlich jetzt auch mehr in die Web App integriert. Wie viele Token jetzt insgesamt in der App habt, seht ihr jetzt unter Settings und dann My Wallet und da werden jetzt nicht nur die Gems, sondern auch eure Omi Token angezeigt. Als nächstes ist auf jeden Fall ein ganz kurzes Update zum Thema Payout. Payout ist anscheinend gerade wieder auch mal deaktiviert. Wieso, weshalb, warum, kann ich an dieser Stelle auch nicht sagen. Hier steht zwar aus Maintenance, das heißt aus technischen Problemen oder Optimierungen, die da gemacht werden. Wann das Ganze wieder online geht, werden wir auf jeden Fall sehen. Ich werde dich aber natürlich darüber informieren. Kommen wir zum nächsten und auch meiner Meinung nach das spannendste Thema heute und zwar nämlich der Meta Quest 3. Diese wurde ja vor einigen Tagen vorgestellt und hat an dieser Stelle auch einige sehr interessante Funktionen mitgebracht. Und das Spannende ist hier auch an dieser Stelle, dass natürlich diese Entwicklung von Virtual Reality, Augmented Reality bzw. Mixed Reality weiter nach vorne geht und immer und immer besser wird. Und das hat man jetzt hier auch bei der Meta Quest 3 gemerkt. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, okay, ist ja schön und gut, dass Meta jetzt hier eine neue AR-Brille rausbringt oder VR-Brille, whatever, interessiert mich eigentlich gar nicht. Es ist aber tatsächlich sehr, sehr spannend hier auch zu sehen, wie Apple und auch Meta sehr, sehr stark hier versuchen in diesen Space einzudringen und natürlich auch neue und auch bessere Produkte zu launchen. Und im Endeffekt wird Virtual Reality auch extrem entscheidend sein, genauso wie Augmented Reality für den Erfolg unserer Vivi Collectibles, da diese ja auch sehr viel in Augmented Reality und auch Virtual Reality genutzt werden sollen. Von daher auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung meiner Meinung nach. Und du kannst mir auf jeden Fall auch gerne reinschreiben in die Kommentare, ob du dir vielleicht sogar schon eine Meta Quest 3 bestellt hast. Ich habe auf jeden Fall schon von einem Community-Mitglied gehört, dass er sich das Ganze schon bestellt hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt hier auch auf die Erfahrungsberichte aus dem Vivi-Würstern vielleicht auch nächstes Jahr, denn das wird ja auch tatsächlich mit einer Virtual Reality-Brille von Meta oder auch Apple dann nutzbar sein. Als nächstes kommen wir nochmal ganz kurz auf das Thema Funko Pop zu sprechen, denn Vivi hat das Ganze jetzt auch nochmal offiziell auf ihrer Webseite announced, dass jetzt auch wirklich diese Partnerschaft besteht. Und hier wurde auch gleichzeitig das Release-Datum angekündigt, wann hier dieser Iron Man dann verfügbar ist. Und zwar Release ist an dieser Stelle am 18. Oktober und das ist tatsächlich gar nicht mehr so weit hin. Ich werde auf jeden Fall gucken, was für Möglichkeiten es gibt. Ich denke, die einzige Möglichkeit momentan, die man wirklich hat, ist jemanden in den USA zu kennen und zu sagen, hey, kannst du mir die Sachen bestellen, wenn möglich und ich schicke das Geld rüber. Ansonsten ist mir bis jetzt auf jeden Fall leider keine andere Variante bekannt. Und dadurch, dass ich in New York zu dieser Zeit bin, werde ich versuchen, mir das irgendwie zu holen. Aber das ist natürlich auch an dieser Stelle sehr, sehr schwierig, da momentan auch ranzukommen, wenn man außerhalb der USA lebt. Eine weitere sehr spannende Idee, die wir auch gestern Abend schon im Livestream mit Vivi Versum besprochen haben, wo ich bei ihm zu Gast war, war ein Vorschlag von Kid Arcade. Und zwar durch die Möglichkeit, dass Funko Pop, auch dadurch, dass sie mit Marvel jetzt hier für den Iron Man kooperieren, der Exklusivcover tatsächlich auch mit einbaut in Funko Pops. Und hier hat er zum Beispiel den Vorschlag gebracht, diese Exklusivcover zu nutzen, um das im Prinzip dann hier als Hintergrund in solche Funko Pops online zu bauen. Meiner Meinung nach eine extrem spannende und nicht mal abwegige Idee. Das könnte auf jeden Fall dazu führen, falls das kommen sollte, dass wir hier auch deutlich mehr Aufmerksamkeit für, wie wir bekommen über diese Funko, da die Funko Pop Community weltweit doch gar nicht mal so klein ist. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee. Schreibst du mir auf jeden Fall auch gerne mal deine Meinung dazu unten in die Kommentare. Als nächstes kommen wir dann noch zum nächsten Disney Pixar Coco Remember Me Characters Series. Und hier sehen wir auf jeden Fall wieder einige Collectibles am Samstag um 17 Uhr deutscher Zeit im Blindbox-Waitlist-Format natürlich wie immer. Und als erstes sehen wir hier Miguel als Rare animiert mit Sound. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Der Listenpreis für das Collectibles selbst ist 30 Gems, außerdem die Edition seit 2017 Stück. Das Ganze ist außerdem, wie gesagt, eine Rare. Als nächstes haben wir dann hier Mama Imelda als Alt-Rare. Das Ganze wird eine Edition von 1017 Stück haben. Natürlich der Listenpreis gleichbleibend hier. Und außerdem eine First Appearance, da wir den Charakter noch nicht hatten. Miguel hatten wir tatsächlich schon und zwar nämlich als Platinum Moment. Als nächstes haben wir dann hier noch Dante als Secret Rare. Das Ganze Collectible wird eine Edition zwar von 817 Stück haben, außerdem natürlich eine First Appearance sein. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie viele Leute hier den Job wirklich mitnehmen werden. Für mich persönlich ist es jedenfalls ein Skip. Schreib du mir auf jeden Fall sehr gerne deine Meinung zu diesem gesamten Job unten in die Kommentare. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir auch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dann ihr Käpt'n. Ciao, ciao.